Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Jetzt erstmal das letzte Video, für heute zumindest, zu der neuen Version 3.5. Nochmal im Schnelldurchlauf ein paar neue Dinge, die released werden. Einerseits der Echontenauftrag, Kapitel 3, 6. Akt und hier auch nochmal die Bedingungen, die ihr erfüllen müsst, um diesen Auftrag spielen zu können. Ihr braucht Abenteuerstufe 35, ihr müsst den Echontenauftrag, Kapitel 3, 5. Akt, Akasha pulsiert, die Kalperflamme lodert, abgeschlossen haben. Und das war es tatsächlich auch schon. Klingt einfach, ist es aber nicht, weil um diesen Auftrag hier abschließen zu können, Kapitel 3, 5. Akt, muss man ganz schön viel gespielt haben. Also ich würde fast, ich weiß gar nicht, ist es überhaupt möglich mit Stufe 35 so weit zu kommen? Das könnte tatsächlich knapp werden, also ich glaube, das schafft man fast gar nicht. Ich glaube, da ist man ziemlich sicher höher als 35. Aber auf jeden Fall, sehr viele Aufträge müsst ihr dafür abschließen. Dann haben wir nochmal die Aktionsvorschaufe 3.5. Das ist mehr oder weniger das gleiche, was wir uns schon in einem vergangenen Video angeguckt haben. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal schnell im Schnelldurchlauf durch. Wir haben hier Deja im neuen Banner zusammen mit Saino und den Rerun-Charakteren Bennett, Kolai und Barbara. Es gibt da auch gemischte Reaktionen dazu. Viele Leute mögen Barbara und Kolai vor allem nicht so sehr. Bennett ist natürlich ein absoluter Fan-Favorite, das sowieso. Aber wie gesagt, es ist gemischt. Also ich persönlich finde Barbara eigentlich auch ganz cool. Vor allem für Free-to-Play-Spieler. Ich finde sie ein super guter Heiler. Vor allem der erste Heiler, den man im Spiel einfach so hat. Also mega gut. Genau, dann die Waffen. Ganz klar. Deja Signature Weapon. Saino Signature Weapon. Ich finde es ganz cool. Die sehen auch so richtig passend gut zueinander aus. Das ist aber sehr logisch. Beide kommen ja aus der Wüste oder haben mit der Wüste zu tun. Genau. Dann die Aktion Hauch der Windblumen. Hier kann man sich eine weitere Krone der Weisheit erspielen. Die Event-Waffe und natürlich Urgestein, wie immer. Teilnahmebedingungen sind Abenteuerstufe 18. Und abschließend des Erschontenauftrags das Lied von dem Drachen und der Freiheit. Dann gibt es noch die Aktion Kristallkontrollexperiment für Urgestein, eines Helden Weisheit und Waffenmaterialien. Abschluss von Erschontenauftrag, liebevoller Abschied und Abenteuerstufe 28 braucht ihr dafür. Erschontenauftrag haben wir uns gerade schon angeschaut. Neu ist, by the way, bei Erschontenaufträgen, dass man jetzt vorbestimmtes Schicksal bekommt und Artefakt-EP. Aber vor allem vorbestimmtes Schicksal. Das Ganze kann man sich in der Abenteuerlizenz Reiseführer abholen. Dann Legendenauftrag zu D hier. Abenteuerstufe 40 und Kapitel 3, 5. Der Akta Kasha pulsiert Kalverflamme lodert. Genau das gleiche wie für den Erschontenauftrag, nur müsst ihr 5 Level höher sein. Einladungsereignis 8. Welche Voraussetzungen plus Legendenauftrag von Tainari abgeschlossen haben. Dann geniale Beschwörung Aktion, äh Eskalationsmodus. Aktionszeitraum 11. bis 20. März. Hierfür müsst ihr Stufe 32 sein. Abschließend des Erschontenauftrags das Lied von dem Drachen und der Freiheit. Und des Weltauftragsschlachtfeld von Würfeln, Katzen und Karten. Dann haben wir noch das Abenteuerbeistandspaket. Ist wieder für den Cashop im Endeffekt. Da will ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Da weiß jeder selber, was er damit machen kann oder wird. Dann Erlebnispass. Gibt es wieder die neuen Waffen. Abenteuerstufe 20 muss man dafür sein. Und das war es im Endeffekt auch schon. Wir sind nur noch mal kurz im Schnelldurchlauf hier durchgescrollt. Und ja, worauf ich mich tatsächlich am meisten freue, ist der Erschontenauftrag. Und außerdem, dass es jetzt für Erschontenaufträge vorbestimmte Schicksal gibt. Also ich glaube, man kriegt irgendwie, ich habe gehört, es soll 22 sein. Stand jetzt. 22 mal vorbestimmtes Schicksal. Wenn man bis Version 3.4, äh oder 3.3 besser gesagt, alle Erschontenaufträge abgeschlossen hat. Das ist heftig. 22 Wünsche for free. Da muss man schon sagen, da gönnt Mihojo mal wieder richtig. Hat aber natürlich auch relativ lange gedauert. Und an vielen anderen Punkten könnten sie uns natürlich auch ein bisschen mehr gönnen. Aber das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Also das ist richtig, richtig huge. Also das einfach auf Einschlag so zu bekommen, ist richtig, richtig geil. Ich spare jetzt eh wieder auf eine neue Session. Auf sehr viele Urgesteine muss ich dafür sparen. Und diese Wünsche werden mir dabei extrem helfen, schnell wieder auf einen Punkt zu kommen, wo ich meine Pläne in die Tat umsetzen kann. Und euch bestimmt auch. Und dann gibt es als letztes heute noch das Mini-Album von Genshin Impact, Traum vom goldenen Sandstaub. Das könnt ihr auf dem offiziellen Genshin Impact YouTube-Channel anhören. Das ist quasi, ja, die Musik aus der Wüste sozusagen. Und ja, ist richtig nice. Also ich habe schon mal reingehört. Ist nice. Also ich liebe die Musik von Genshin Impact. Ist nicht meine Lieblingsmusik. Ich muss sagen, Sumeru von allen tatsächlich gefällt mir sogar am wenigsten. Damit will ich keinesfalls sagen, dass es schlecht ist. Aber meine absolute Favorite-Musik, die hört ihr auch im Hintergrund meistens in meinen Videos, ist Liyue, danach Inazuma und Mondstadt. Aber eigentlich Inazuma und Mondstadt eigentlich auf einer Stufe. Also eigentlich würde ich sagen, eins Liyue für mich, musiktechnisch, musikalisch. Dann Inazuma-Monstadt und Platz 3 leider Sumeru. Sumeru. Aber was heißt keinesfalls das Schlechtes? Ich meine, schlechte Musik gegen Genshin Impact gibt es nicht. Punkt. Genau. Und alles, was ich euch heute gezeigt habe, findet ihr wie beim Hoyo Lab unter Interessensgruppe Offizielles Informationen. Das Ganze findet ihr auch auf der Webseite von Genshin Impact. Wenn ihr auf Ankündigungen oder je nachdem, auf welcher Sprache ihr es habt, auf News geht. Und jo, dann schauen wir mal, was uns morgen noch erwartet. Ich sage erstmal danke euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.